Was für ein Spiel hier in der Über-Arena. Die Eisbären Berlin gewinnen 4 zu 1 gegen die Fishtown Penguins. Und damit hat die Eisbären ein 3 zu 1 führen in dieser Best-of-Seven-Final-Serie. Ein ganz wichtiges Spiel. Dieser Mann, eindeutig Man-of-the-Match mit drei Toren, ein Hattrick-Score obendrauf. Der Nummer 9, Tyronning Ty. Wow! Was für ein Spiel. Du hast die Tore geschossen, aber nicht desotrotz, das war eine Teamleistung heute. Absolut, Team-Effort, Team-First. Und das ist, was wir hier alle an, Eisbären. Und ich freue mich auf das nächste Spiel. Wie gesagt, eindeutig. Teamleistung war es. Es ist ein Teamsport, Teamleistung. Wir freuen uns wie wir wollen auf den bevorstehenden Spiel 5. Trotzdem muss die Frage gestellt werden, Ty. Wann hast du das letzte Mal in einem Play-Off-Spiel drei Tore erzielt? Das war mein erstes Mal. Das fühlte gut. Das war schön. Ja, ja. Allererstes Mal. Oh Mann, es fühlt sich gut an. Nicht desto trotz der Datei. Die Tatsache, der Power-Play heute wurde belohnt. Also wir hatten einen sehr, sehr guten Power-Play ins Spiel. Drei, aber heute wurde es auch mit Toren gekront. Wie wichtig war das für die Mannschaft? Ja, ich denke, nach dem letzten Spiel, es war die Chemie-Bildung. Wir hatten viele Chancen. Und dieses Mal haben wir ihn gebrochen. Also es war gut. Er meinte, ja. Man hat gesehen, dass Spiel eins beim letzten Spiel der Chemie bei diesem Power-Play-Unit hat sich entwickelt, hat sich vertieft. Und dieses Mal wurden wir letzten Endes auch damit belohnt mit zwei Toren. Glückwunsch nochmals an die ganze Mannschaft. Einen geilen Sieg heute. Ty Ronning. Danke. Vielen Dank.